Oh, jetzt schon grinsen. Bleib du mal vernünftig. Oh, ich möchte ein bisschen... Oh, da unten ist dein Nippel. Ich dachte, hier... Siehst du aber wirklich aus wie ein Pumpe, Alter. Ist gepumpt? Ich sagte ja den ganzen Tag. Ich stütze, Alter. Ready here. Das ist meine Chance, richtig fett am Start zu sein. Das ist mein Schauspiel-Durchbruch. Das ist hier. Jennifer, Jacqueline. Möchtest du diese Rose annehmen? Oh, du, das ist ein Schnaub. Und dann hast du mich angeguckt. Das habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Kommen wir zur nächsten Rose. Ich bin mir so leid. Okay, ready. Ready? Ich muss mich nicht verkümmert. Okay. Okay, ich bin ready. Okay. Geht alles von der Aufnahmezeit ab. Okay, ready. Jetzt aber. Los. Ich sehe dich, Alter, drin. Okay, ich muss woanders hingucken. Okay. Wir waren fast durch, Mann. Ja. Und dann hast du... Okay, okay. Wow. Wir sind total rot geworden schon. Red Pit Modus. Los geht's. Los geht's. Du hast kurz gegrinst. Das habe ich nicht. Plastik. Okay. Jetzt. Jetzt glaube ich geht's. Wer lacht ist Kelly-Fan. Okay. Möchtest du diese Rose annehmen? Nein. Okay, jetzt. Wirklich, jetzt bin ich mir 100%ig. Jetzt ist gut. Okay, ready. Klein, klein und behindert. Okay. Okay. Kommen wir zur nächsten Rose. Chantal? Möchtest du die... Alter. Möchtest du die... Möchtest du die... anders. Möchtest du... Möchtest du...